ich bin auf dem weg ich mache mich gerade bereit stoffe wird schon klappen sie verbrauchen um ein album dann schon im grinsen des labyrinths ich müsste eben mal gucken ob das geht habe ich genug das ist ein hinterfolger war gerade okay nicht das ist das in dem quest wenn ich wüsste wort jetzt wieder ist wenn ja und ich werde nicht auch in quest irgendwie angezeigt irgendwo naja tom dungeons aber nur als wir erst mal gemacht haben ich habe leider nicht genug länge in der zeit naja egal ein andermal muss ich ihn an ich bin auf dem weg da nicht kommt genau daneben ist sogar noch eine quest sehe ich gerade ich trage mich jetzt mal wieder zurück weg t pausing so ein typ in der nade bildschirm kommentar im web vater verehrten seelen da steht die sachen machen gehalten 5 prozent schadenreduktion 10 prozent leben die euch fehlen die gegner haben immer das affix unterdrücker monster verursachen im verlauf von fünf sekunden zu hat sich 22 prozent ihre physischen schaden als blutung schaden und welchen ein aspekt für den druiden cool ich habe jetzt nicht angenommen der eine hat eine christin dann ist dann noch so ein christ symbol ja ja daneben der albtraum land ist noch eine quest da kann man mit dem reden na ja warum er ist nicht hier vielleicht gibt uns ja nur belohnung weil wir schaden weltkmals erscheint bald ich rede mal mit dem trotzdem bei mir auf der karte was wir jetzt die ganze der machine und vielleicht gibt uns ja eine quest für hier fahrfest so wollte er noch so nah an seinen haben doch zuerst muss ich grinsende museen das okay würdig ist staub zeigte mir ein labyrinth sie sagt jetzt muss man sowieso da drin der quest machen er hat sich gerade gefreut das war diese blutexplosion aber immer noch mit gezogenem wochen steht nein 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 streikt sein oder nicht sein wir beschitudieren das ist die frage dann sprich der grinsen vielleicht auch mich der katze tötet ich mit freundlichkeit seinen grinsen tötet auch da nero dabei nach jetzt kommen wir zwei fliegen mit einer klappe schlagen weil der edge schlacht mal dein körper deiner meiner ja sie ist wie so ein normaler familien normal familienfall der seine steuern keine angst der bestehlung die schmerz kann der bereich zu sein aber dass er nicht probieren die gegenstand ja schon wieder so ein schild für diese teile oder sind mehrere da war sehr viel explodieren ich habe sie gerade alles zusammen geschoben da waren sehr viele ich sehe da oben die gegner ich kann da nicht durchschießen gegen die noch mal zusammen ja ich bin ja nicht rein als gift ich bin jetzt nicht direkt geweckt ich muss warten noch mal den platz wir sind doppelte sind dort was mein christi aktivieren und wir machen müssen ich muss ja so blaue dinge einsammeln das hättest du mal sehen sollen dann hier war so viel explodieren ich weiß ich war da drin ja da kommen noch mehr pass auf keine angst ich kämpfe gegen drei gehen ich hab die paar mal zusammengezogen das ist immer so geil so viele zusammen den schnee kaputt sollte schaden machen das ist ein blöde der blöde macht ich bin aber auch die spieler und dann hat sich vernichtet mit seiner welle der vernichtung hier kommen sind verwandelt da bist du dich daran so ein blitz da war so ein ding hier wieder also das muss noch mehr geld so da kommen ne menge geht ab warum ich muss warten wache ich travelled das war das war jr nie die jr mit nicht die 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 gott der gerade auswahl aber der seine vorgegeben sind jemand mit der breitfeiler übergezogen etwa sein hier brennfalle schon wieder so ein schild ich hatte da war er hat dann vorhin auch zwei kasse dann wieder da wenn ich den schild haben dann bin ich unter den scheiß spiel hat mehr aussehen so habe ich mich mit der hin ich bin immer voll mittendrin aber wenn 51 jetzt ist level das schaffen wir nicht ich habe die quest ist schon ich werde jetzt so ein stück die musik schon wieder so eine störte von dem engel hier brauchen wir nicht mal anbeten meine welle war bereiten freunds gesicht explodiert hat mir denn cool da und ich muss warten Bestgegenständig, kicke keine mehr. Ne, egal auch nicht. Ich muss warten. Lass uns diesen Brief lauschen, während wir Gegner töten. Ich bin aufgestiegen. Ne, hab ich gesehen. Du bist eine viel bessere Wisserei, als ich in deinem Alter. Es ist weise, zu wissen, wann man aufgeben sollte. Versiegle den Dämon und seine Lakaien. Oh, genau. Ich bitte dich als Feind. Deswegen nicht es als großer Beschäftigung. Aber ich hätte auch Level, ne? Ich mache den voll Schaden. Komm schon an. Der hat der Kupol. Und dann hast du schon kaputt. Ich muss auch... ja nichts mehr gemacht dafür wird jetzt schon schaden machen oder so ein problem mit dem noch einen schritt dann bin ich so ein legendärm knoten angekommen jetzt schon geil ja nicht an den legendären an den seltenen ich mache so einen komischen weg da ist schon wieder sein rasselschüttler glaube ich ich bin noch er ist tot ich war nach oben noch mal von ganzem machen kann der ganzen schnell aber so sieht schon so aus und dann war dann auch eine stufe drei oder ich habe eine stufe hier dann die einsammeln ich muss warten ich bin der freundlich ah fertig ja überhaupt hin ist ja auch richtig in den scheusahle fand ich und der hände und das war eine volle ja so eingelegt frauen kann man nicht vertrauen ich muss man alle frauen verwandeln dann alleine war der wettbewerb damit seine raste als siegel vielleicht auch 35000 schaden gemacht ich bin noch ja weil ich meine welle aber nicht so viel schaden für bohnung der fähigen jahre daneben da schmeckt der starken gesicht war was du dagegen eine fresse schon wieder einlegen der heiliger schilder spiel ja ich habe vom siegel stufe 5 gerade bekomme es geht immer okay wo golden ist okay da haben wir eine goldene rüstung plus 32 intelligenz herausforderungen zu hoffen ein danke ich habe meine anrufe ich weiß gar nicht der ruf ist der punkt ist ich für keine intelligenz ich bin noch nicht bereit das freut sich jede mutter von ihrem sohn zu hat mutter ich will keine intelligenz ich will videoschule spiel die haben nicht verprügelt weil du anders aussiehst zwei schildstüten so hat auch mehr seiner ich habe schon lange baust ich muss warten stupe 3 irgendwie kommen wir noch für klar ich habe ja wenn irgendwelche wir bekommen ich meine diese dann ich habe noch ein anderes stufe 4 die zentakel funktionieren bei den mit der zauberstabung heilig ist natürlich wieder hier halte ich dann da werden wir mal schnuppern wer kommt wieder urteil der mutter das geister des landes ok der nimmt ganz viel schaden ja ich habe auch alle möglichen bach sind ich habe meine dünge aktiviert nicht bereich weil ich hier stehen sei man ja meistens das betrifft nochmals aktiviert ich habe doch gesagt ich bin jetzt ok ich kann es mal nachdenken weiß man nicht keine schwerte benutze ich habe die ganze zeit so weit warum habe ich da nicht hoch geld für je fünf in reichweite erworbenen stärken für uns auch die 1 pro 10,3 schaden während dem beserker muss warum habe ich da nicht ausgerüstet gut mit dem gestöne da meine versorgen aber ich kann dir einen blauen ring geben der ist heilig danke aber ist heilig ich will auch heilig ist besser dann ja ja noch mehr ja kann man irgendwie hier außer dieser dungeon raus ohne direkt hier mit weg fest bei dem typen abgeben können das wird zurücklaufen und soweit noch eine albturm dungeon aus verlassen gehen die karte die dungeon karte der grinsende verlassen wo steht da geht auf der karte du wirst deine karte geht da steht da dungeon symbol da steht verlassen drauf zum eingang ja das wusste ich nicht ja 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 der grinsende führt alle würdigen zu ihrem glück kommt so eigentlich immer so eine sovier gegenstände nachdem so eine dungeon abgeschlossen ja ja ich glaube schon platziert die opfergaben auf den neuen spinn aber nicht schon mit seinem gerät der ich weiß nicht der rät vom grinsen denn kommen irgendwie bekannt war der staub geschnupft hat oder waschen geschnupfter ja glaube ich jedenfalls mal hier 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 der alte spricht mit mir der alte dem der 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 es dem den was für ein alter okay another happy ending okay seine leiche okay über ist lächelt zurück so jedenfalls abton dungeons abgeschlossen so was haben wir noch ich habe zwei stufe 4 aber eins ist lichtwach was wir schon haben eins ist entferne was habe ich inferno in kagistan hatten wir schon ich gucke gerade ich habe die blutrote kapelle aber die haben wir ja schon stufe 4 habe ich noch ich gucke ich habe mich erkannt hat mich aus in goa von siegel entfernen aber noch nicht okay es war nur was für jäger aber machen habe sogar neue dann schon da gehen wir jetzt entfernen auch stufe 4 giftiges ausweichen vulkanische monster schatten scheinen kein problem so wie kommen wir dahin gute frage wir sind komisch hier sondern gebiet aber nicht entdeckt da kann man mal kurz vor ein vorbei reinschneiden ich war mich auf welchen level hat hier von schwierig wird ob gott hier sind eine menge quest was sie mal ignorieren überhaupt nicht ich bin okay du kannst dich auf mich verlassen ich schaffe alles okay dann gehst du jetzt mal so alles klar als nur tant reisender seht euch um hoch ist es vielleicht schlechter ist mein wichtiger ich gehe schon mal ein bisschen ich dachte ich hätte drei tage von ich brauche es geöffnet ich brauche es ja so mit jedem kader aber so ein loch in der mitte der wüste ich brauche zeit um das zu tun ich bin jetzt ein bisschen oben jetzt in der entfernung ich teleportiere mich einfach direkt zu den ganzen das geht ja klar ich habe gerade die karte aufgelegt dann muss so kurz ein bisschen zurück also hat gebiet wo man es nun fertig hat funktiert er hat mich durch der ungewaschene nälter und stückchen ich bin ja in der höhe ich kann irgendwo nach links du bist da rein gesprochen ich bin noch nicht im dungeon ich bin direkt davor geschwäst hier sind die der alter wie blick darüber so ich werde ich gegen die alle kämpfen ich renne hier sind gerade zu dir ich sehe ich gar nicht auf der karte das war wie ein punkt direkt vor dem danschen ich kann jetzt hier die karte nicht aufrufen dann hier sind tausende von gegnern ich glaube ich bin tot ich sehe ich sehe ich kann ja toll ich kann jetzt auch die karte nicht aufrufen ich habe mir gerade eine armee hinter mir meine soldaten sind alle schon tot so weit hast du auch für ein abenteuer grad ja ich war dann ich bin ich dann bitte runter geklettert und jetzt ist hier eine höhle voller diebe brandstifter was weiß ich nicht alles also ich habe noch nie viele gegner gesehen aber hier geht es nicht raus verdammt noch mal wie kommt man denn hier raus ich brauche mehr zeit ich brauche mehr zeit da bist du das tausende von gegnern als eine ganze ich bin hier wir sind ja noch nicht mal in den ganzen gründen doch wir sind direkt vor den ganzen gelandet wir sind im dann schon gerade aber ich finde er kann auch ein sein ich bin dann die treppe runter gegangen für runter geklettert nicht irgendwo reingegangen ich bin noch nicht bereit wir sind gerade in den ganzen drinnen ich dachte hier ich dachte ich bin noch mal im ausgang ich bin noch nicht dass man hier drin landet Ich dachte, ich stehe vor dem Eingang. Wir können irgendwie Gegner vergiften, wenn wir ausweichen. Ich sprich schon wieder hier im Spiel. Ich bin noch nicht der. Ich schreie es dann aus. Ah. Gut. Schon dauernd zu laufen. In dem Gerät. Ich war jetzt wirklich. Ach. Ich muss was. Ich war einfach voll zusammengebrochen. Aber Tagebuch. Am Ende dieser tun. Und so. So. Erlösung ist zum Greifen. ich habe also für ein bisschen von den effekten ab wie wir dann schon bekommen die schwerheit wir werden ja bestimmt zu weit generiert oder so ich glaube ich denke gar keine bonus mehr wahrscheinlich ich bin noch nicht der fahrer deutsch ich bin noch nicht erwischt ich konnte schon wieder nicht mehr bewegen klar einmal musste ich heute darauf gehen glücker scharf richter oh 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 Oh, diese Beine. Ja. Oh, diese Beine. Ich bin da irgendwas einkommen, wie ich gerade. Ja, ja. Ich bin noch nicht fällig. Haha. Boah. Ich drehe euch. Ah, man. Diese Schlange vergiftet. Ach, da meine ich mit Vulkan. Ich gehe schon mal voraus. Ich habe so viele Bohnen letzte Nacht. Das ist ein Legendärs. Ich muss machen. Meine Bohnen sind abgelaufen. Ja. Na. Der Brustpanzer wäre das nicht gut. Ich bin 60 Prozent. Äh. Schon wieder plus 33 Intelligenz. Ja, warum nicht? Warum nicht? Warum? Warum? Ich habe gar nicht. Ich habe mir vorbeigerannt. ich habe mich da sein gaben war so seltener knoten aktiviert das weiß ich will ich noch zu dieser blüfe gehen wahrscheinlich ok von also weil kommen das habe ich legendärm bus panzer in heilingen etwas was ja 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 Die ganze Zeit her. Ha? Ha? Okay, sogar meine Schüsse werden durch diese komische Windpanzer verlangsamt, ey. Es wird irgendwie die Bewegung verlangsamen oder so. Ja, ich bin auch gerade da durchgelaufen. War irgendwie langsamer. Es wird sogar meine Schüsse verlangsamen, ey. Ich bin auch nicht... Ich habe jetzt mal diesen... Ja, ist man diesen Dungeon noch mal einen Albtraum-Siegel bekommen. Selbe Stufe? Ich weiß nicht. Boah. Ja, ich muss mal in dem Entarbeit lernen. Ich habe euch alles voll, ja, mit diesen Albtraum-Dingern. Ich nehme an, dann dieser Level 1-Dinger, die kann man dann verwerten. Irgendwie so, damit wir irgendwie war ja nicht. Direkt. Ich werde die Stärker erstellen können. Tauern. Tauern. also weil ich habe ja guter schlecht ist allerdings gibt es ausreichend aber wenn man die karte aufruft sieht man hat wenn das kampf ist brechen regelmäßig flammenspitzen in der nähe des spieler charakters aus dem boden hervor gegen uns oder keine ahnung wo ist nicht irgendwie so spezifiziert irgendwie folge der grünen kürze doch haben wir ja alles ja da reinpacken dann kann ich eigentlich dreimal aus weil ich kann dreimal ausweichen weil ich gerade zweimal so annehmen das ja 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 haben wir anzuspucken wie kann so sagen ich bin noch nicht bereit blöder holen ich habe jemanden im nord Die müssen wir doch assistieren. Dann wieder blutrote Kapelle. Die haben wir schon. Die haben wir schon. Oh. 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 Die Dinger kaputt gehen, ey. Willkommen in der Hölle, die haben wir. Ich bin auch nicht bereit. Jetzt ein Stück zu trinken. Nein. Oh. 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 so schnell weg ist mir sind die poste irgendwie einfacher in diesen dg hat sagt er eine Minute später ist er beinahe rausgekrankt alles ist einfach ich bin okay ich bin der rani ich schaff das schon oh mein gawd ich freu mich was das für ein effekt war ich konnte mich nicht mehr bewegen und dann konnte ich mich auch nicht halten ja doch flammen ich bin noch nicht ja ja so haben wir das dinge ok so dass man mit den geschäftsführer ich kann wieder lernen vorhin war da auch irgendwas ja ne das ist ja gleiche ich habe das Gefühl du willst uns einfach nicht kapieren kalt verfahren ach ich mag die jungen ich tue die ganze Zeit nur x drücken ja ich halte mich erst mal die fast die jungen ring heiliger legendär ja ein turm von sakara albtraum siegel ich kann nicht mehr tragen online nein nein das ist alles schwächer weil ich habe da habe ich gerade alles geroll habe ich naja viele punkte kriegen wir eigentlich mal ja 14 kriegen wir jetzt meint er im besager modus sei er bitte stufe stufe 3 es ist der auf stufe da liefern auch nächstes mal stufe 5 für habe ich glaube wir können eigentlich schon aber ich habe nichts auf level 60 ich hatte goa ruinen albtraum sie glaube ich entferne fertig ja da müssen wir aber das nächste mal machen oh mein gott schaden und der effekt die ein bisschen blöd war von dem gebiet die druiden oder irgendwie soll sag ich doch schon wieder legendäre klamotten bekommen die besser sind und traurig dich ich könnte nach zwei weiteres gelettkiger hinzu ja stirbt du kessel steht irgendwie für die glückssträhne fucking ja ist los hier ich auch sehe wie glücklich ich bin leute schaut euch an dann ist er tut zu hause irgendwie ein bild von mir mit darts bewerfen er hat er hat er hat er gar keine bilder von mir er war nun sein für schlecht gemalt hier sind umgebet aufgedeckt hatte der körper ist auch hier noch irgendwas mit zum abschluss nein ok naja papier nicht von hier mal weg er schafft hat ich habe es geschafft ich brauche Zeit um das zu tun die truppen haben sie aufgehalten ja die fliegen sind auf mich zu bekommen cool ok cool noch noch zum abgeben glaube ich noch schnell bringt die ramponierte lieferung zu dem typen haben wir abgeschlossen nicht weil das nicht lass mal gucken aber ist total ich habe diesen brief gefunden den sieht aus als hätte es die hölle erlebt eine verdammte rechnung natürlich die hätte ruhig verloren bleiben können wisst ihr aber ich sollte die wirklich bezahlen es ist gefährliche schulden zu haben das ist anscheinend von der naja zwei haben wir irgendwie ich habe eine lieferung mit auch in namen gefunden ich hatte mich schon gefreut wo diese lieferung abgeblieben war mehr belohnung wenn ich kann ja kein gast was betreiben wenn ich die gäste nicht versorgen können und zwei belohungen glaube ich belohnungen ausrufe zeigen sagen wir noch auf neuen quest 290 und 400 für ein fährig das war bereits heute ja ich habe auch genug von dir und von diesem spiel meine ich ja nur von dir ja ja verdammt du hast mich erwischt eine angstlich heute später unter der dusche mit einer packung kekse ich habe nächstes mal wieder anders aussehen ich bin ja wieder irgendwie blöd gestoppt einmal am ende noch so ehrlich weiß nicht ich könnte mich nicht mehr bewegen da war mein plan ich wollte so lange weiterspielen bist du endlich mal heute ganz doll ruiniert nicht die ganze arbeit ich habe sogar noch ein design hier freigeschaltet cool und ich gucke mal ob ich damit den aspekten mache ich muss ja nicht und ja so klar anscheinend ich muss noch mächtiger werden für kostet aber wenn man effekte entfernt aspekte kostet nicht 10.000 er ist nun mal nicht so ersetzen die kann nicht genug geld aber wenn ich mich dann ausgeben dann habe ich weniger alles klar ja 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 ja